So, der Herbst ist an und auf der Puppe ist er heute auch. Also das An ist ein Insider, weil Laura mich immer vor einem Video fragt, bist du an? Und damit meint sie eigentlich mein Mikrofon. Also der Herbst ist an und der Herbst ist auf der Puppe. Und heute haben wir ein ganz, ganz schönes Outfit wieder zusammengestellt, was ich zum einen natürlich genauso nachnähen könnte, zum anderen dir aber auch gerne zeige, denn ich teile ja auch gerne mit euch hier. Der Hosenstoff, ein alter Bekannter, ist der Two-Way Stretch Wooltouch in der Farbe Ocker Gelb. Insofern sehr bekannt, ich habe selber mir letztes Jahr eine Hose daraus genäht, die ich wirklich im Herbst, Winter rauf und runter getragen habe und auch jetzt langsam wieder rausholen werde, denn es passt, finde ich. Und das ist wirklich ja ein sehr, sehr schöner weicher Stoff. Du kannst da unheimlich schön sowohl Buntfaltenhosen rausnähen, als auch weite Hosenbeine damit nähen. Also das funktioniert ebenfalls sehr, sehr gut. Und wir haben den in vielen, vielen schönen Farben. Hier jetzt die Farbe Ocré und ein Hosenvorschlag dazu, nämlich die Hose Jagner von Schnittmuster Berlin, die unten diesen schönen weiten Bein, diesen schönen weiten Bein, dieses schöne weite Bein hat. So, mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte, aber was soll's. Also wir haben hier eine ganz, ganz tolle Hosenform, die nämlich oben schmal ist, unten weit, so wollte ich das eigentlich erzählen, und die die Seitennaht ein bisschen nach vorne verlegt hat und da sind dann in diese Seitennaht die Taschen mit eingearbeitet. Das ist also mal so eine grobe Umschreibung dieses Schnittes, den ich sehr, sehr spannend finde und mir super gut aus diesem Stoff vorstellen könnte. Und dann kommen wir auch zu dem Oberteil, denn da ist ein Blusenstoff aus der aktuellen Herbst-Winter-Kollektion auf der Puppe und das ist ein Stoff, 98% Viskose und 2% Lurex und das Lurex, die 2%, die kommen daher, weil hier so ein hauptdünner, goldener Nadelstreifen, so ein Glitzerstreifen durchgezogen ist. Ja, prozentual am Stoff ist es tatsächlich wohl offiziell 2%. Also wer Mathematik kann, kann sich das gerne ausrechnen. Ich finde, dass dieser Lurex-Streifen natürlich diese Bluse einfach besonders edel macht. Das finde ich sehr, sehr schön, denn ansonsten haben wir hier halt ein tolles Blumenmuster und von dieser Struktur her ist das so eine gekreppte Viskose. Das heißt, beim Nähen ist die nicht ganz so flutschig. Wenn man so zwei Lagen übereinander hat, kann man da auch so mit den Fingern drüber ziehen und merkt, dass die sich so ein bisschen ausbremst. Ist beim Nähen immer ganz schön. Beim Schneiden ist es definitiv auch schöner als eine flutschige Viskose, aber trotzdem ist Viskose ja immer so ein bisschen heikel und manchmal hilft es auch wirklich, die Teile einfach einzeln zuzuschneiden. Also nicht den Ärmel doppelt direkt, sondern einzeln, weil es verzieht sich halt gerne ein wenig. Blusenschnitt. Da haben wir uns überlegt, die Bluse Ronja von Schnittmuster Berlin wäre auf jeden Fall eine Bluse, die man sehr gut daraus nähen könnte. Unten so ein bisschen mit den Rüschen an den Ärmeln, ansonsten aber relativ schlicht. Das würde meines Erachtens wirklich sehr, sehr gut zu dem Stoff passen, aber es geht natürlich auch. Das ist mal eine kleine Unterbrechung, weil unsere Kamera irgendwie da gehakt hat. Ich wollte dir natürlich noch was zum Jacken, zur möglichen Strickjacke erzählen, denn die haben wir heute tatsächlich Ton in Ton zum Blusenstoff ausgesucht. Denn so schön ja farbenfrohe Outfits sind, ich weiß nicht, jeder mag das immer, wenn man so komplett drei unterschiedliche Farben trägt und deswegen halt hier mal schön Ton in Ton. Und das ist wirklich ein ganz, ganz toller Strick. Der hat hälftig Viskose und ich gucke mal eben auf den Zettel, was sonst noch drin ist. Ein bisschen Polyester noch mit dabei etc. Aber der fühlt sich unheimlich weich an und das ist auch schon so ein bisschen etwas dicker, würde ich mal sagen. Ich lege den mal so einzeln auf die Hand, da kannst du sehen, glaube ich, dass es tatsächlich so ein bisschen vom Querschnitt dicker ist. Und man fühlt das auch. Also zum einen super weich, zum anderen aber schon so ein bisschen griffiger. Also so ein bisschen herbstlicher. Und aus diesem Strick könntest du natürlich super einen Strickmantel nähen, wie den hier von Kibadu, den Basic Strickmantel. Entweder mit Kapuze oder ohne, ganz so wie du es magst. Ich meine, wenn man natürlich darunter eine Bluse trägt, die hier oben so einen Kragen hat, dann sieht das manchmal schöner aus, wenn man keine Kapuze an der Strickjacke hat. Aber das hängt immer davon ab, wie du das Outfit kombinierst. Und das ist ja auch wirklich nur eine Inspiration. Und letztendlich setzt du das so um, wie du das für dich gerne hättest. Ich hoffe zumindest. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag. Bis dahin.